Hallihallo und herzlich willkommen bei einem Thor Cool Spezial. Ja, ich mache das erste mal hier mit und will euch kurz zeigen wie der Drache so geht. Hier versammeln sich schon die ersten Leute und die wollen dann den Drachen besiegen. Hm, schafft ihr? Haha, klar. Er ist tot. Hm, der ist sein, ist sehr einfach. Ja, die buffen jetzt einfach mal. Weiß nicht, wenn es losgeht. Wahrscheinlich noch ein bisschen zu wenig. Ein bisschen tanzen. Da kommt er wieder raus. Seid ihr eh wie ein Wurm aus, wisst ihr überhaupt der Drache? Haha. Ja, der schafft das niemals. Haha, ja, ja. Einmal ein Klopp. Es ist in die Leute weg. Geht's noch. Die Hälfte ist wieder weg. No,�, nein. Die Hälfte ist wieder weg. Wie ist das schon? Voll alle in der Bestimmung. Ich musste ungefähr zwei Stunden, drei Stunden ungefähr... ...spielt... ...mal... ...dat sind alle... ...das ist hier... ...wo ist der Weihnachtsbaum... ...so ich sehe nichts... ...so ich dachte schon, er ist umgefahren... ...da drüben... ...wahrscheinlich hier ist er an der Klipp, wo man nicht dran kommt... ...und er stirbt... ...oder? Er ist tot... ...da ist mal nichts... ...das... ...liegt... ...nicht... ...an den... ...an der... ...das meiste... ...die meisten, die hier aufhören sind, weil sie einfach nur noch gar nichts machen... ...so hier ist kein Weihnachtsbaum... ...ich weiß nicht, was die Fantasien... ...hab ich halt meine Sachen... ...ich brauche den Weihnachtsbaum nicht mehr... ...biss... ...hier... ... ... Auch nach Pessimisten herum. Seit 6 Stunden warten wir, womit ich endlich mein Video drehen kann. Ja, ich zeige alle Boss. Alle in der Pessimisten. Geh mal zum Psychiater, please. So, jetzt habe ich sie nicht gegeben. Ja. Danke, dass ihr abhaut. Oje, seid ihr schlecht. Ist klar, dass das Berg da runter geht. Schauen viele, sonst würde ich's nicht machen. So, jetzt geht's. 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 Ich finde es cool, oh jeh, oh jeh, oh jeh, oh jeh, ich spiele ihn auch nur noch voll Spass, diese Rechnung. Ja, wenn du dich nur schützt, kannst du den nicht besiegen. Trolololo, trolololo. Ja, wenn du dich nur schützt, kannst du den nicht besiegen. Geht es nicht so, dass du dich nur schützt, kannst du dich nicht besiegen. Ja, wenn du dich nur schützt, kannst du dich nicht besiegen. Ja, ich bin jetzt nicht besiegen. Die wollen das Ding haben. Kristall aber verlieren wahrscheinlich auch. Fast alle sind hier Rector Cool of AFK. Die werden nicht helfen. Kommen. 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 Nochmals ein kurzer Card. So, sieht schon wieder ein bisschen besser aus, aber sind wahrscheinlich noch deutlich zu wenig. Wir sind jetzt wieder hier keine Debit-Stimmung mehr verbreitet. Die einfach nicht kommen. Habt ihr Angst? Ja, stirb ich noch oder was? Halt mich mal! Dazu viel Reichweite, das ist das. Ja, so sieht es aus. Alle auf einem Haufen. Da kann man ja auch niemand heilen. Bitte. Und wie die einfach keinen Schaden machen. Ja. Tja, das wird lächerlich ausgehen. Ja. Also das zweite Mal zeige ich dann aber nicht mehr. Genau! Ja. Tja, sehr gut. Ja. forest. Wie geht es? Ich bleibe denn noch jemandem. Wenig, den Sie die Lauf andra lassen? Ja, ich habe die Lauf. Was ist das? Du hast das? Das läuft gut. Du hast das? We'll blab the shot. That's with a guyless video. Awww. Titan-Bunky is like a pussy. I have also Todenschwäche, right? Yeah, 4%. Trololololololol. Trolololololol. Trololololololol. Trololololololol. Gähne. Die Buffs oben halten, nützt es auch nichts. Äh, ist das teuerisch. Na, was ist das mit... ...Ding, ne? Gähne. Hm. Kommunikation. Ja, das wird heute nichts mehr, weil bald hören die meisten auf. So wie ich gesehen habe. Um 10 Uhr sind die meisten schon auf. Und um 8 Uhr. Ja, ab 8 Uhr sind die meisten sowieso. So müde wahrscheinlich. Das Spiel macht ja so müde. Okay, naja, fertig getrollt. Wieder ein cooles Video. Ich nenne es jetzt einfach mal... Ähm... Torkul Fail. Also bis dann, tschüss. Und vielleicht können wir dann mal mit einer Gelde den töten. Mehr gibt es momentan leider nicht zu sehen. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.